Wir sind das Team Indobasis von der Erzbischöflichen Liebfraunenschule in Köln. Bestehend aus Leona Salewski, Leonhard Engels, Ann-Sophie Licher, Céline Werner und natürlich auch unserem Betreuungslehrer Karl-Bernd Burbach. Und wir haben gerade eben mit unserer Obstschale Fruity Fresh das Business School Finale 2014 in München gewonnen. Ich bin ganz stolz auf unser Team. Ich freue mich ganz besonders.